Es ist nicht etwa ein UFO, es ist ein mitten auf den Gleisen stehender Zug. Kennt ihr das? Ich finde das manchmal ziemlich verdächtig. Man sieht einen Menschen, man sieht ihn relativ oft. Und dann stellt man plötzlich fest, dass er irgendwie aussieht wie ein Prominenter. Christoph, du siehst irgendwie aus wie dieser Typ von Fiske Corps. Kennst du die? Das ist so eine dänische Screaming-Gruppe. Ich habe es schon mal gehört. Ist mir tatsächlich auch schon mal gesagt worden. Aber ich habe keine Ahnung. Ich finde nicht, dass der so aussieht wie ich. Merkwürdig. Das ist der Spence. Und der Spence hat einen Computer. Wer hat der nicht? Heutzutage. Wisst ihr eigentlich, warum niemand Vlogs auf Fahrrädern macht? Weil es eine vollkommen bescheuerte Idee ist. Deshalb nicht. Ich würde auch dringend davon abraten, auf dem Fahrrad zu filmen. Weil man ist im Endeffekt immer abgelenkter. Schon alleine, weil man eine Hand nicht mehr feiert. Und dann können alle möglichen Unfälle passieren. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an Daniel, den Protagonisten aus dem letzten 0815 Vlog. Der fährt jetzt gerade hinter mir. Daniel, Millionen, na gut, Tausende, na gut, Hunderte. Okay, wir hatten 10 Zuschauer für den letzten Vlog. Und all die hübschen Damen haben sich gefragt, hey, drei davon warst du. Ist das nicht ein schnuckliger Kerl? Ist der nicht vielleicht noch Single? Daniel, und du bist halt keiner mehr. Es sind Aufnahmen wie diese, die aus einem schlechten YouTuber einen beschissenen YouTuber machen. Sag mal Daniel, hat dich der Auftritt im 0815 Vlog, hat das dein Leben bereichert verändert? Nein. Hattest du eigentlich schon mal das Gefühl, dass, wenn du dich mit jemandem unterhältst, der zufälligerweise eine offene Kamera auf dem Tisch liegen hat, dass du dich dann beobachtet fühlst? Nein, wieso? Weiß nicht. Verstehe ich nicht. Ich finde es auch völlig absurd. Warum sollte das irgendwer machen? Erzähl mir doch nochmal von diesem peinlichen Vorfall, wo du gemeint hast, ich soll ihn nicht weitererzählen. Und dann dürfte niemals jemand erfahren. Meinst du das auf der Darmtoilette beim Helene-Fischer-Konzert? Ja, ja. Das möchte ich jetzt nicht nochmal erzählen. Ach komm, noch einmal. Nee. Die Anwälte von Frau Fischer haben mir auch verboten, das jemals an die Öffentlichkeit preiszugeben. Heißt du jetzt wieder? Nein. Oh, sorry. Ist okay. Ist doch okay. Es ist doch okay. Im Abspann seht ihr heute... Im Abspann. Im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.